hallo meine lieben da bin ich mal wieder zu einem kleinen video und zwar wollte ich ein kleines update machen von meinen bastel sachen was ich jetzt an papier gemacht habe es ist zwar nicht viel aber ich dachte ich zeige sie euch mal und zwar mein allererstes album war dieses hier das ist nicht schön aber ja wie gesagt das war mein erster versuch das kann man hier so aufklappen und dann hat man hier verschiedene seiten drin dadurch überall glitzer steinchen hingemacht dann hier so eulen da kann man sogar und hier noch was rein machen das war ohne text zum rein machen dieses motiv dieses motiv also wie gesagt das war mein aller aller erstes mal dass ich mit papier so ein album gemacht habe noch mal dieses motiv dieses und da habe ich so engel charme noch dran gemacht und das war halt gedacht dass man das irgendwie hier so festmachen kann aber das wollte nicht so wie ich wollte naja egal das war mein erstes war erstes versuch mein erster versuch ein zweiter versuch war so ein album da habe ich noch kein verschluss deswegen habe ich hier diese sicherheit nicht sicherheitsnadel broschen nadel oder immer mal sozusagen dran gemacht und das kann man so aufklappen hier kann man so was rein machen und hier hat man halt die taschen dann einmal so nicht taschen und das gleiche dann halt noch mal auf der rückseite die hinterseite und die vorderseite und da oben kann man halt ähm tags rein machen so das sind halt über so laschen wo man tags rein machen kann und das war mein zweites album also ich muss dazu sagen dass mir das album basteln echt total viel spaß macht mein zweiter drittes album war dann zu eins das ist jetzt nicht so toll geworden da kann man hier was rein machen hier oben und hier an der seite deshalb bei jeder seite so dann hier was rein machen da da und da und ja also ich habe meine album immer so ganz kunterbunt ich weiß auch warum also da muss ich noch reinkommen wie man die die farben richtig zusammenstellt und ja hier vorne ist auch noch nichts da muss ich mir noch was überlegen dann habe ich mir das war ein album gemacht da muss ich aufpassen da habe ich jetzt gerade dieses hier action drauf gemacht um zu gucken ob das wirklich so höll ich aussieht und das ist einmal so mit stern und das ist noch total leer da kann man hier auch so eine so text rein machen und das sind halt nur so leere seiten das kann sie wie notizbuch nehmen oder so und kann hier auch an den seiten was rein machen und ja das sind halt wie gesagt hier überall diese waschen was rein machen und ja dann bin ich jetzt momentan an einem album dran das ist noch nicht fertig weil ich mir ähm ich stelle jetzt erstmal auf die seite an weil ich mir morgen erst ähm sagt schon doppelseitiges dämpferband holen muss meins ist leer und das ist das hier das ist noch nicht fertig das ist hier gerade mitten in der arbeit und das ist so ein großes buch und wenn ihr mal lust habt um mir zuzuschauen wie ich so ein album gestalte könnt ihr mir das ja in die infobox in die infobox in die kommentare schreiben und wie ihr hier seht ist auch wieder alles ähm total kunderbunt und dieses album habe ich heute gesehen bei einer youtuberin wenn ich es nicht vergesse verlinke ich das video zu diesem album in die infobox und ja jetzt kommen leere seiten und dann habe ich hier noch so pocket letter höhlen reingemacht kommt hier nochmal so eine kleine seite und dann wird er noch leere dann muss ich wie gesagt noch ähm teile doppelseitiges klebeband besuchen damit ich die blätter reinkleben kann und ja dann habe ich hier noch so ein album gemacht aber das gefällt mir nicht das wird wahrscheinlich kommt wahrscheinlich in den mülleimer weil ähm ja das gefällt mir halt einfach nicht und ja das ist nicht rede wert und ähm ich habe noch was für meine liebe jenny gemacht ich zeige es nur von vorne mehr zeige ich nicht und das ist ihr album das werde ich nicht zeigen weil das eine überraschung ist welches innen drin aussieht hier steht hier steht hier frozen und das ist im prinzip genau so aufgebaut wie ähm das album hier und ja wenn ihr für mich ideen habt wo man zum beispiel günstig klebeband doppelseitiges klebeband her bekommt oder günstig papier könnt ihr mir das ja gerne in die infobox nicht infobox in die kommentare schreiben ja entschuldigt ist es schon spät aber sonst habe ich eigentlich nichts mehr gebastelt an papier auch keine pocket letter neue ne und ja ich hoffe euch hat das kleine video gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss